Mit Acoustic könnt ihr auch solche wundervollen künstlerischen Kerzen herstellen. Es geht ganz einfach, ihr benötigt nur ein Mahleisen, eine Stumpenkerze und Wachsstifte. Und wenn ihr diesen ganzen glanzvollen Auftritt noch haben möchtet, dann noch etwas Zauberfolie dazu. Dann könnt ihr aus so einer ganz einfachen weißen Stumpenkerze so ein Kunstwerk herstellen. Eine andere Möglichkeit ist noch diese Kerze hier, die sieht etwas rustikaler aus und kein bisschen weniger schön. Sie ist genauso schön, ich finde sie ganz, ganz toll. Und die könnt ihr natürlich farblich wählen, farblich herstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Die andere natürlich auch. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich. Für die Gestaltung von dieser Kerze mit Acoustic benötigt ihr zunächst natürlich eine Kerze. Ich habe hier so eine weiße Stumpenkerze, mein Mahleisen, ein Spachtel, also ich habe jetzt diesen Spachtel. Ihr könnt aber so diese ganz normalen, die man zum Bauen nimmt, auch nehmen. Dann natürlich ein Acousticfarben, ein Acousticwachse, dann noch ein Schwämmchen. Und was ich dann zum Schluss noch drauf geben möchte, ist ein Zauberpuder. Ja, das wäre zunächst mal alles. Als erstes bauen wir unser Mahleisen zur Mahlplatte um. Das heißt, wir nehmen den Griff runter und geben das Eisen hier drauf. So, sodass ich die Mahlplatte habe. Jetzt gebe ich mein Wachs, ich habe jetzt hier mal blau und rot als erstes raus. Mal gucken, ob wir noch eine weitere Farbe nehmen. Ich gebe mir hier Wachs auf das Eisen drauf. So, und mit dem Spachtel nehme ich mir jetzt hier Farbe runter oder Wachs runter. So, und gebe das hier auf die Kerze drauf. So, und das mache ich jetzt erst mal in einem Schiff. in einer Runde, bis ich so viel Wachs von der einen Farbe drauf habe, wie ich möchte. So, und wenn ich jetzt einmal rum bin, dann mache ich die nächste Farbe. Jetzt habe ich hier mal das Blau und nehme jetzt mal ein bisschen Rot dazwischen und mache das hier wieder genauso. Ein bisschen Farbe aufnehmen und hier dazwischen gehen. Immer schön auftragen. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen so in die Zwischenräume zu gehen. So, noch ein bisschen. Und auch das wieder, bis ihr einfach rundherum seid und so viel Farbschichten oder Farbbugs drauf habt, wie es euch gefällt. So, das wäre jetzt die zweite Schicht. So, ich habe jetzt hier noch Gold und ich mache auch gar nicht großartig das Eisen sauber. Ich nehme das gleich. Jetzt ist das Eisen ein bisschen zu heiß. Das sollte man jetzt ein wenig runterdrehen. Und auch hier nehmen wir wieder das Wachs auf und geben das hier schön drüber. So, jetzt ist schon zu sehen, wie wunderschön die schon aussieht. Sieht schon ganz toll aus. Für einen ganz besonderen Glanzpunkt machen wir jetzt noch was ganz Tolle. So, jetzt habe ich hier noch so eine Zauberfolie. Da nehme ich mir mal so ein kleines Stückchen. Das kennt ihr sicherlich. Das ist diese, die Schere schneidet nicht. Das ist diese Folie, die man auch für diesen Magnetkleber nimmt. Und die kann man auch hier im Encaustic-Bereich wunderbar verwenden. Und zwar machen wir hier folgendes. Wir nehmen hier auch wieder unsere Spachtel, legen die drauf und lassen die schön warm werden. Ich mache es jetzt gerade mal sauber. Leg die hier drauf und lasse die warm werden. Die Zauberfolie lege ich jetzt hier auf die Kerze. Und streiche jetzt hier mit der Spachtel ganz kurz drüber. Und schaut mal, was jetzt hier passiert. Das geht eben nur so in einem ganz schnellen, kurzen Verfahren. Drauflegen, heiß machen, mal drüber streichen und abziehen. Und so bekommt die Kerze diesen wunderschönen, goldenen Glanz von der Zauberfolie. Denn durch die Hitze, die sich von dem Spachtel überträgt, löst sich oder schmilzt das Wachs, das untere Wachs, ganz kurz an. Und verbindet sich dann mit der Zauberfolie. Schaut mal, sieht das nicht zauberhaft schön aus? Und damit sie so richtig schön professionell aussieht, nehmt ihr euch ein Zauberpuder. So, und hier nehmen wir so ein bisschen von dem Zauberpuder und reiben hier oben die Kerze ein. Ein einziger Schritt fehlt jetzt noch, damit das hier nicht abfärbt, denn ihr seht, das würde abfärben. Hier geht ihr mit dem Heißluftfön nur so ganz kurz drüber, dass das so ganz, ganz leicht anschmilzt, das Wachs, und sich mit diesem Goldpuder verbindet. Und schon ist die Kerze komplett fertig. Eine weitere Möglichkeit, so eine Stumpenkerze zu verzieren mit Encaustic Wachsen ist das Stupfen. Das Wachs wird wieder auf dem Eisen, das als Mahlplatte umfunktioniert, ist aufgetragen. Und jetzt nehmen wir uns ein Schwämmchen, nehmen hier den Wachs und tupfen hier einfach rauf. Und ihr seht auch hier wieder eine wunderschöne Kerze, etwas dezenter vielleicht als die vorhergehende, aber auch ein Traum von einer Kerze. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zu sehen, wie man diese Kerzen herstellen kann, ganz einfach und trotzdem wunderschön. Jede Kerze ein Unikat und diese Kerzen lassen sich dann natürlich wundervoll dekorieren, Egal, ob es zu Advents- und Weihnachtszeit ist oder auch einfach mal so zwischendurch, sind auch herrliche Geschenke, richtig schöne, künstlerische Geschenke, die ihr selber herstellen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, teilt meine Videos und ich werde euch auch weiterhin zeigen, wie ihr mit Encaustic schöne Geschenke, schöne Karten oder sonstiges herstellen könnt. Bis bald!